Die englische Premier League ist gestartet und natürlich gibt es auch dazu noch meine Saisonprognose, welches Team ich am Ende auf welchem Tabellenplatz sehe und wie gewohnt würde ich sagen, starten wir von unten nach oben auf Platz 20 mit Leicester City. Wie gefühlt jeder tippe ich sie auf den letzten Platz. Dafür spricht einerseits ein möglicher Punktabzug, der im Raum steht nach dem sehr starken direkten Wiederaufstieg vergangene Saison. Allerdings sieht es auch sportlich nicht wirklich gut aus, denn mit Maresca hat sie ihr Erfolgstrainer in Richtung Chelsea verlassen und mit Steve Cooper hat man jetzt keinen inkompetenten Trainer, aber schon jemanden mit einem ganz anderen Spielstil, der sich zwar vielleicht besser auf die Premier League übertragen lässt, Die Frage ist aber, ob die Qualität dafür ausreichend ist. Man hat zwar interessante Transfers getätigt mit Skip, Ocoli oder Buonanotte, trotzdem frage ich mich auch so ein bisschen, wer dann die Tore machen soll. Am Ende wahrscheinlich ein 37-jähriger Jamie Vardy. Außerdem hat man mit Dewsbury Hall seinen mit Abstand besten Spieler aus dem Meisterkader verloren, weshalb ich sie letztendlich ganz unten sehe. Auf Platz 19 folgt bei mir dann Southampton. Mit Russell Martin haben sie einen jungen Trainer, der sie letztes Jahr mit einem attraktiven Fußball nach dem Abstieg wieder zurück in die Premier League geführt hat. Allerdings ist das auch letztes Jahr schon Burnley zum Verhängnis geworden und der Company mit einem deutlich schwächeren Kader zu versuchen mitzuspielen. Und den von Southampton, der relativ unverändert ist, sehe ich nochmal schwächer, nicht umsonst ist man ja nur über die Playoffs aufgestiegen. Transfers wie Sugawara gefallen mir, auch die von Archer und Brereton Diaz, die aber letztes Jahr schon nicht den Unterschied für ihre abgestiegenen Teams machen konnten. Die 18 und damit den letzten verbliebenen Abstiegsplatz belegt bei mir Nottingham Forest. Vom Kader her dürften sie nie im Leben auch nur in den Abstiegskampf geraten. Ich bin aber kein großer Fan von Nuno Espirito Santo, der sie letzte Saison übernommen hat. Es wurde Niakate abgegeben an Lyon, die Neuzugänge überzeugen mich auch nicht wirklich mit Anderson für über 40 Millionen und Milenkovic, den ich bei Florenz häufig spielen sehen habe und schon stark im Verteidigen ist, aber mit Ball einer der schlechtesten Innenverteidiger, den ich im Profifußball gesehen habe. Für einen Abstieg muss wirklich viel zusammenkommen, aber ich sehe sie trotz individueller Qualität von Zangare, Murilo oder Gibbs White mit unten drin. Davor habe ich tatsächlich Ipswich Town. Viele tippen alle Aufsteiger wieder als Absteiger, wie auch letztes Jahr geschehen. Ich traue zumindest Ipswich vielleicht den Klassenerhalt zu, trotz dessen, dass sie den schwächsten Kader haben und es sehr schwer haben werden. Denn mit Kieran McKenna haben sie eines der größten Trainertalente überhaupt, der schon für den direkten Durchmarsch aus der dritten in die erste Liga verantwortlich war und weiterhin mehr aus dem Kader herausholen wird. Diesen konnte man tatsächlich auch gut zusammenhalten, hat sogar Hutchinson fest verpflichtet, dazu noch spannende Spieler dazuholen können, wie Kreeves, Calvin Phillips, Kajuste, Muric, Johnson oder D-Lab. Um drin zu bleiben, muss auch hier viel zusammenkommen, aber ich glaube irgendwie dran im Gegensatz zu Ludentown im Vorjahr. Dann folgt bei mir auf Platz 16 der FC Fulham. Hier ist natürlich vor allem der Abgang vom mit Abstand wichtigsten Spieler mit Palinja zu Bayern im Blickfeld. Wie man das auffangen will, erschließt sich mir noch nicht. Auch Adara Bayoyo ist weg, dafür hat man sich mit Smith-Rowe nochmal mehr Kreativität reingeholt. Rein vom Kader könnte es schon schwierig werden, aber mit Maiko Silva haben sie einen mittlerweile routinierten Trainer, weshalb ich sie schon noch über den Abstiegsplätzen sehe. Dann kommt bei mir Wolverhampton. Die Wolves sehe ich recht kritisch, weil mir der Kader grundsätzlich nicht so gut gefällt. Letztes Jahr hatte ich sie ja als Absteiger getippt unter Lopetegui, bis dann kurz vor Saisonstart Gary O'Neill übernommen hat, den ich für einen kompetenten Trainer halte. Jetzt hat man Petroneto und Kilman verkauft, geholt wurde unter anderem Strand Larsen. Das alles überzeugt mich nicht so wirklich, aber im Gesamten sollte man trotzdem nicht tief in den Abstiegskampf geraten mit Spielern wie Kunja, auch wenn das Auftaktprogramm recht hart ist. Platz 14 belegt bei mir Everton. Abgesehen vom Punktabzug war die vergangene Saison rein sportlich ja echt mal wieder besser unter Sean Deitch. Dennoch schätze ich sie jetzt ein bisschen schwächer ein, da man mit Onana einen absoluten Schlüsselspieler an Aston Villa verloren hat. Die Neuzugänge sind zwar stabil mit Njai, Lindström oder O'Brien, heben sie aber nicht auf ein viel höheres Niveau. Insgesamt sollte es eine ähnliche Saison wie im Vorjahr werden, wobei schon wieder Punktabzüge drohen. Und einen Platz weiter können wir ganz kurz machen, sehe ich Brentford. Der Kader ist fast komplett unverändert und mit einem starken Trainer wie Thomas Frank wird man wieder auf klar einstudierte Muster zurückgreifen können und leicht besser performen. Sie sind wieder mal eine kleine Wundertüte, ich prognostiziere sie jetzt aber einfach mal auf Platz 13. Auf Platz 12 folgt bei mir dann West Ham United. Bei ihnen bin ich ehrlich gesagt nicht so überzeugt wie viele andere, aufgrund der dennoch starken Transfers um Fulko, Kilman, Todiboh, Somerville oder Wan-Bissaka. Denn ich halte nicht allzu viel von Lopetegui als neuem Trainer. Ich fand seine Arbeit zuletzt wenig überzeugend, auch in der Premier League bei den Wolves war das nicht sonderlich gut. Und er bringt halt auch einen anderen Stil zu den Hammers, der mehr auf Ballbesitz und langsamere Angriffe setzt im Vergleich zu seinem Vorgänger Mois, unter dem es viele Konter und ein ausgeprägtes Umschaltspiel gab. Mit dem Kader kann man das durchaus machen, mit Spielern wie Paqueta, aber es gibt halt auch viele Spieler, die eher auf Konter ausgerichtet sind. Daher braucht der Wechsel Zeit und man wird sich erstmal schwer tun. Gehen wir einen Platz höher und da ist bei mir Crystal Palace. Klaasners bisherige Amtszeit war natürlich überragend und mit dem Punkteschnitt würde man sich europäisch qualifizieren. Allerdings hatte er in dieser kurzen Zeit auch einen fitten Olysee zur Verfügung, der ihnen extrem fehlen wird. Ansonsten hat man den Kader gut beisammen gehalten und punktuell mit Spielern wie Kamada oder Riad verstärkt. Sie werden daher im sicheren Mittelfeld finishen mit Potenzial nach oben oder einem guten Run in den Pokalwettbewerben, denn dafür ist Glasner ja eher bekannt als für konstante Liga-Leistungen, zumindest nach seiner letzten Trainerstation bei Frankfurt. Platz 10 belegt der AFC Bournemouth. Bournemouth sehe ich an sich auf einem richtig guten Weg mit Trainer Iraola nach der überzeugenden Debütsaison, da man den Kader weiter aufwerten konnte mit Sinisterra, Heusen oder Araujo. Ich hätte vielleicht sogar Richtung Europa geschielt, allerdings hat man mit Solanki einen wichtigen Bestandteil an Tottenham abgegeben. Evan Nilsson ist als Ersatz zwar ganz gut, aber ob er genauso funktionieren wird, bezweifle ich mal. Insgesamt wird man die Entwicklung fortsetzen können und souverän im Mittelfeld landen. Machen wir weiter mit Aston Villa auf Platz 9. Letztes Jahr hat man sich stark für die Champions League qualifiziert. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man da schon stark overperformed hat. Dementsprechend könnte sich das angleichen und man hat jetzt eben nochmal eine andere Dreifachbelastung wie im Vorjahr nur mit der Conference League, in der man noch anders rotieren konnte. Die Kaderqualität ist in etwa gleich geblieben, man hat zwei wichtige Abgänge gehabt mit Diaby und Douglas Luiz, aber auch zwei wichtige Neuzugänge mit Marzen und Onana. Insgesamt wird es so wahrscheinlich eine etwas schwächere Saison unter Unai Emery, aber vielleicht kommt man ja in der Champions League weit. Er hat ja zum Beispiel völlig random Villarreal mal ins Halbfinale geführt. Bevor wir zu den absoluten Topklubs kommen, folgt auf Platz 8 noch Brighton & Hove Albion. Bei ihnen bin ich echt wieder positiv gestimmt. Letztes Jahr bin ich damit aufs Maul gefallen mit De Serbi und einer schwachen Rückrunde. Mit Hürzler kommt vielleicht wieder neue Energie rein. Der Spielstil kann natürlich problemlos auf die Mannschaft übertragen werden, beziehungsweise hier noch besser funktionieren. Nur das System wird wohl von einer Vierer auf eine Dreierkette geändert, aber die Prinzipien ähneln sich ja. Der Abgang vom wohl wichtigsten Spieler mit Pascal Groß schmerzt sehr, allerdings gefallen mir sämtliche Transfers wie gewöhnlich bei Brighton sehr gut. Groß ersetzt man mit Weaver überragend und mit Minté und Kuda holt man sich nochmal mehr Power über die Flügel. Ich denke, dass Hürzler sich in der Premier League beweisen kann, auch wenn er hin und wieder einstecken werden muss. Wenn es gut läuft, sehe ich vielleicht sogar einen europäischen Platz im Bereich des möglichen. Platz 7 belegt bei mir Manchester United. Letztes Jahr wurde man 8er und außer der vielen Verletzungen sehe ich kaum Gründe, warum es jetzt wesentlich besser laufen sollte. Ja, Ten Hag hat es geschafft, dass sie im Pokalwettbewerben und in Spielen gegen City ganz gut performen, aber entscheidend wird sein, dass sie auch schwächere Teams bespielen können, was ich so weiterhin nicht sehe, außer dank der Zirkzehverpflichtung. Denn die Transfers gefallen mir eigentlich wieder ganz gut mit De Ligt, Masraoui, Jouro und eben Sirkzeh, allerdings habe ich mich letztes Jahr schon davon blenden lassen und werde das nicht noch einmal zulassen. Wahrscheinlich übernimmt sie dann mitten in der Saison Thomas Tuchel und führt sie in die Champions League. Auf Platz 6 folgt dann der FC Chelsea. Also ich habe zwar komplett den Überblick verloren, als ich versucht habe den Kader zu betrachten und ich werde hier auch nicht die zahlreichen Transfers auf Ab- und Zugangsseite erwähnen, dennoch ist das so viel Qualität, dass sie irgendwo schon performen müssen und werden. Mit Neutrainer Mareska wird man auch erstmal wieder Zeit brauchen, aber im Grunde ist das schon gut, was er inhaltlich vorhat. Ein Problem sind fehlende Führungsspieler, denn da hat man nach dem Abgang von Thiago Silva eigentlich keinen mehr im Kader. In der Conference League wird man ordentlich rotieren können, wobei man bei dem Kader ohnehin jedes Spiel 20 neue Spieler in den Kader nehmen kann. Gehen wir über zur Top 5 und die ist mir ehrlich gesagt nicht so wirklich schwer gefallen. Auf der 5 habe ich hier erstmal die Tottenham Hotspurs. Man hat keine wirklich wichtigen Spieler abgegeben, außer Heubiak, der aber kein allzu großer Verlust sein sollte. Dazu hat man den Kader sinnvoll ergänzt mit Solanke, Odobea, Kray und Beival und somit den Umbruch weiter vorangetrieben, da diese perfekt in die Spielweise unter Anspruchste Koglu passen. Man wird an den Leistungen der Vorsaison anknüpfen und um die Champions-League-Plätze mitspielen, auch wenn es laut mir wahrscheinlich nicht reichen wird mit dem 5. Platz. Einen sicheren Champions-League-Platz belegt laut mir auf Platz 4 Newcastle United. Nach der enttäuschenden Vorsaison sehe ich sie wieder deutlich verbessert. Man hat zwar bezüglich des Kaders wenig Änderungen, es wurde nur Anderson abgegeben, Lloyd Kelly hinzugeholt. Allerdings hatte man letztes Jahr die Dreifach-Belastung mit der Champions-League und bzw. wahrscheinlich auch damit zusammenhängend enormes Verletzungspech. Man hat auch ziemlich underperformed in der vergangenen Saison und man weiß ja, was der Großteil dieser Mannschaft zu leisten imstande ist, wenn man auf die Saison davor zurückblickt, in der man sich für die Champions-League qualifiziert hat. Auch Tonali wird bald von seiner Sperre wieder zurückkommen und den Kader verstärken, der eigentlich bis auf Gimaraes und Isak gar nicht so gut aussieht, aber durch Eddie Howe zu einer gut funktionierenden Einheit geformt wurde. Die Top 3 ist rein von den Mannschaften für mich die gleiche wie im Vorjahr und der dritte Platz ist auch genau identisch zu dem im Vorjahr mit dem FC Liverpool. Bei Liverpool hat sich einerseits sehr wenig verändert am Kader mit keinem Neuzugang und den Abgängen von den ohnehin meistens verletzten Matip und Thiago. Andererseits hat man eine große Änderung auf der Trainerposition nach dem Abgang von Klopp und der Ankunft von Arne Slott, dem ich aber Großes zutraue. Hinsichtlich des Deals gibt es einige Parallelen, man wird vielleicht noch mehr Kontrolle ausüben können. Die Vorbereitung war gut, man hat ein sehr leichtes Auftaktprogramm und daher sehe ich sie wie im Vorjahr ziemlich klar auf dem dritten Platz. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wer wird Zweiter, wer wird Erster? Ich mache erstmal den zweiten Platz und das ist bei mir Manchester City. Was soll man groß sagen? Sie werden auf jeden Fall bis zum Ende um die Meisterschaft mitspielen, laut mir wird es knapp nicht reichen. Bezüglich relevanter Transfers hat man Alvarez abgegeben, Gündogan zurückgeholt und auch Savio hinzugeholt. Das macht sie nochmal besser, trotzdem werden sie nicht Meister, sondern der FC Arsenal bei mir auf Platz 1. Ich glaube bzw. hoffe er, dass es soweit ist und man an City vorbeiziehen kann. Man hat den Kader komplett beisammen gehalten und nur Calafiori dazugeholt, aber genau das reicht doch. Man kann auf der ohnehin schon starken Grundlage aufbauen, spielt toll und Fußball, um schwächere Gegner zu bezwingen, hat aber auch sehr starke Matchpläne gegen den Ball und eine gute Defensive. Auch von den erweiterten Statistiken hätte man letztes Jahr schon Meister werden müssen und das junge Team ist jetzt nochmal ein Jahr weiter und reifer. Deshalb sage ich für mich Meister Arsenal. Da ist natürlich auch ein bisschen Hoffnung dabei, aber es könnte durchaus passieren. Das aber soweit meine Prognose für die Premier League Saison 24-25. Jetzt würde mich vor allem noch eure Meinung interessieren. Was sagt ihr zu meiner Prognose? Aber schreibt mir gerne auch mal eure Tipps in die Kommentare. Gerne für alle Teams für die komplette Liga. Falls ihr euch nicht so gut auskennt, auch gerne nur für die oberen Teams. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! So... Vielen Dank.